Hi und willkommen zurück zum Easy TV. Heute wieder mit mir, mit Tommi und mit Manu. Wir machen heute ein schönes 100% Military Workout, 100%, weil einmal ihr sollt euch richtig auspowern, an die Grenze gehen, sozusagen ans Muskelversagen, dass ihr nichts mehr hinbekommt bzw. auch 100 für 100 Wiederholungen. Ihr könnt euch eine Übung raussuchen. Heute machen wir Push-Ups, Liegestütze, 100 Stück. Versucht sie am Stück zu machen. Wenn ihr eine Pause braucht, macht die kurz, aber wirklich nur ganz kurz und dann macht weiter. Ihr könnt es erstmal schwer machen und wenn ihr merkt, es wird zu schwer, dann macht es ein bisschen leichter. Nehmt zum Beispiel dann die Knie auf den Boden, macht etwas erhöht, dann habt ihr natürlich weniger Gewicht. Also ihr könnt dann ein bisschen variieren. Das heißt, ihr sucht euch eine Variante aus, wo ihr glaubt, ihr schafft 100 Stück und wir motivieren euch und zeigen euch, wie das geht. Das heißt, du kannst mal auf Position gehen, Manu. Und ja, 100 Stück. Ich würde sagen, los geht's. Schön. So. Sauber. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Immer weitermachen. Ihr könnt euch natürlich schön rantassen an das Ganze. Das sieht sehr gut aus. Immer schön weit runter gehen. Ja. Sauber. Sehr, sehr. Genau. Immer mit der Nase ganz bis zum Boden runter. Schön atmen, nicht vergessen. Immer weitermachen. Gut. Sauber. Sauber. Ah ja, da geht noch was. Geht noch was. Auch wenn es ein bisschen wehtut, einfach weitermachen. Na ja. Nice. Gut. Schön weitermachen. Weitermachen. Gut. Na ja. Schön stark machen. Sauber. Schön tief runter. Und weiter. Weiter. Gut. Wir können natürlich auch immer kurz eine Pause machen. Aber solange es geht, einfach weitermachen. So wie Manu das macht. Gut. 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 Sehr schön. Und weiter. 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 Nicht aufhören. Gut. 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 Na ja. Sehr schön. girl. Gut. 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 Na ja. Da geht noch was. Weiter. Gut. 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 Nice. Nice. Come on. geht noch was. Geht noch was. Für dich. Gut. Na ja. So wird es was. So wird es was. Schön. Und weiter. Nice. 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 Gut. So jetzt, jetzt geht's, ein paar mal noch, geht noch was, hier noch ein paar, gut, schön. Und nochmal alles rausholen, wenn ihr denkt es geht nicht mehr, dann macht nochmal mindestens 5 Stück. Sehr gut, so macht mal noch die letzten, sehr nice, so ganz kurz ausruhen, hier nochmal 5, das sind jetzt die besten, also wenn ihr an dem Punkt seid, macht nochmal das was geht, alles rausholen, alles rausholen, schön brennen lassen. Und, oh yeah, nice. Okay, ich würde sagen, geschafft, probiert es nachzumachen, so muss es aussehen. Stabil. Oh, du bist runter. Nice. Oh, du bist gezählt. Ja, geil. Gut gemacht. Gut, ja. Ihr könnt es gerne nachmachen, einfach bis ihr nicht mehr könnt, wenn ihr nicht mehr könnt, kurz durchatmen, nochmal weitermachen, wieder weitermachen und dann nochmal 5 machen, dann wird das Ganze. Also, schön bis zum Muskelversagen, wie gerade eben, so muss es aussehen. Deswegen, genau, schön, dass ihr mitgemacht habt. Ihr wisst ja, mit Sport gegen den Virus, viel Spaß dabei, viel Spaß beim Muskelkater und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, Mann. Ich habe aber… Ja, wir haben… Wir haben aber echt nicht mehr getötet.